Der Evangelist Lukas I stammt aus dem Jahr 1914 oder 1915 und wurde in London im Bronze ausgeführt. Zufolge der Liste meiner Sachen aus 1941 nennt Ewan Mestrowitsch diese Skulptur »Studie für den heiligen Lukas, Bronze«. Die sitzende Figur des Apostels hält in der linken Hand ein Buch als Zeichen desjenigen, der Jesu Werke niedergeschrieben hat und stützt sich mit der rechten Hand auf das gekrümmte Bein. Die Figur ist zerbrochen dargestellt, expressionistisch, mit dünnen, in unnatürlicher Position geborgenen Gliedern und ausgedehntem, qualvollem Gesicht mit tiefen Falten. Die ganze Morphologie und Struktur drücken das Gefühl der Beängstigung, Unruhe und Qual aus. Die Darstellung der Füsse und Fäuste ist interessant. Weil deren Position an das krankhafte Krümen an Paraplegie leidende erinnern. Mestrowitsch hat durch eine solche radikale Gestaltung versucht, die Martha und Abgezerrtheit zu zeigen, die auch für Mestrowitsches Gegenwart wie auch für die Realität der Evangelisten nach dem Tod Jesu bezeichnet waren. Die tiefen Falten auf der Stirn, die eingefallenen Wangen, das unruhige Haar und Bart, der dürre, knochige Körper, all das ist mit Abstand von realen und zum Zweck des starken Expressionismus dargestellt. Der Körper ist durch linare Einschnitte, der nur eingedeutenden Draperie verziert, sowie auch die Körperteile mehr als Symbol, als präzise Deskription dargestellt sind. Der Kopf ist aufrecht, die linke Hand hält fest am Buch. Gerade diese zwei Stellen sind Zeichen der Ausdauer und Standhaftigkeit, der Krümmung des Körpers zum Trotzt. Untertitelung des Körpers